Zur Stadt Lauchammer gehören die drei Ortsteile Grünewalde, Klenleipisch und Kostebrau. Bürgermeister Mirko Buhr startete am 3. Mai 2022 seine geplanten Ortsteilbegehungen in Kostebrau. Begleitet von Fachbereichsleitern der Verwaltung informierte sich Mirko Buhr über Probleme, Sorgen und Wünsche der Kostebrauer. Ortsvorsteher Dr. Hubert Lerche begann die Tour durch den Ortsteil am Glashüttenplatz. Hier müsste eine Karte mit Wanderwegen aktualisiert werden. Weitere Schwerpunkte in Kostebrau sind die Ausweisung von neuen Baugrundstücken, Straßensituationen und kleinere Baumaßnahmen an der Mehrzweckhalle. Auch das Kriegerdenkmal am Dorfanger soll saniert werden. Insgesamt ist Kostebrau für die im Juni 2022 stattfindende 600-Jahr-Feier bestens gerüstet und vorbereitet. Die Ortsteilbegehungen in Grünewalde und Klenleipisch werden noch in diesem Monat stattfinden. Die Ortsteilbegehungen in Grünewalde und Klenleipisch werden noch in diesem Monat.